Die AS Fensterbau GmbH baut Kunststofffenster und Türen nach Maß und im flexiblen Sonderbau. Das Familienunternehmen aus Düngmen setzt auf bodenständige Handarbeit und neueste Produktionstechnik, damit ein Fenster entsteht. Die einzelnen Profile werden vollautomatisch auf Maß zugeschnitten, möglichst ohne Verschnitt und damit nachhaltig. Jeder Profilstab bekommt ein Etikett mit allen Daten für seine Position im Fenster. Verzinkter Stahl im Inneren der Profilstäbe macht das Fenster stabil und langlebig. Für die weiteren Arbeitsschritte wird an den passenden Stellen gefräst und gebohrt. Die Schließbleche werden verschraubt. Die fertigen Profilstäbe sind bereit für den Zusammenbau des Fensters. Profile, Beschläge und Co. Die hochwertigen Einzelbestandteile stammen ausschließlich von deutschen Markenherstellern. Damit stellt die AS Fensterbau GmbH ihren hohen Qualitätsanspruch sicher. Die Rahmenprofile werden miteinander verschweißt. Das Fenster bekommt seine endgültige Form. Hier wird alles selbst gemacht. Individuelle Planung, moderne Produktion oder fachgerechte Montage durch eigene Monteure. Die ausgebildeten Fachkräfte der AS Fensterbau GmbH kümmern sich rund um den Fensterbau, auch um Instanthaltung und Reparaturen und legen gerne selbst Hand an. Zu den umfangreichen Dienstleistungen rund um den Fensterbau gehört auch die Montage von Rollläden. Ob Sichtschutz oder Sonnenschutz, für jeden Kundenwunsch gibt es die passende Ausführung. Nach der sorgfältigen Endkontrolle wird jedes Fenster einzeln verladen und zu seinem künftigen Bestimmungsort beim Kunden transportiert. Setzen auch Sie bei Fenstern und Türen auf Qualität vom Fachmann. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Ausstellung und beraten Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Ausstellung. Obersteller